Ich bin der Lönnach Reibiel, wohne in Polnigen und seit 2015 Januar bin ich tätig und bin Belader. Vorher habe ich im Hausarztdienst gearbeitet, in zwei Orten, zweimal zwei Jahre lang. Vorher bin ich 22 Jahre als Buchbinder in Druckereien unterwegs gewesen. Ganz einfach, vorne ist der Chauffeur und hinten ist nur Platz für zwei Leute. Da haben wir auch die linke Seite, da unten die rechte Seite. Oder wir helfen einander, oder wenn die Container sind, muss man auch einander helfen. Und der Chauffeur ist gegen vorne, ist ja klar, da muss man ja vorwärts kommen. Ja, es hat auch seine Reize. Im Winter sind nicht so viele Leute unterwegs. Und nicht so viele Velofahrer, die gefährlich nebeneinander durchlaufen. Aber was natürlich anstrengender ist im Winter, wenn die Schnee schuld ist. Wenn es mal Schnee hat, dass man einen Container über die Häufen überraschissen muss, das ist schon ein wenig anstrengender. Und man ist ja auch froh, wenn man auf vierabend ist. Die Schnee hat drauf, wenn man sagt dem Togel. Und während das nicht NASScheier ist deswegen sonst boi, das ist stattd. Aber das ist ja Matt Krumpel. Und dann war ich noch ein wenig aner kabul.